Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Rainbow Six Siege. Mit dabei ist der liebe Iceman und der liebe Zootrex. Zootrex? Ja, und wir spielen jetzt ein bisschen Rainbow. Locker, ne? Locker, denke ich mal, ne? Oder Rank. Ja, ja, mein Rainbow ist locker. Locker. Auch dann würde ich den FC-Tag nicht kaufen. Ey, du bist ein bisschen Ausnahme. Ja. Also, die Sachen, die ich wieder verkauft habe, damit waren alle ganz zufrieden. Therma-Ultra-Nervig, das kommt in Ordnung. Was wie Ninja and Cat. Das kann auch nerven sein. So gut, remaining, so don't care. Sag, ab nach oben, ich geh lurken. Wach von diesem Spiel nicht, deswegen mach ich es. Doch, haben sie. Alter, hier ist ein richtig geiler Waffenraum. Ich weiß. Boah, der ist bei mir drin. Hier oben sind so vintage. Alter, hier ist ein Hammer. Lashhammer, Junge. Oh, wo sind sie denn so? Ja, im Gläser haben sie. Ja, hab ich gesehen. Ja, ich konnte leider nur Gläser im Gläser. Oh ja. Alles in Gott meiner Höhe. Sensor aktiviert. Ja, hier ist einer. Kommt, der kommt. Ohne, fährt rein. Ja, das hier. Haben die mir schon mal gespielt? Ach, natürlich geht die Smoke in dem Moment weg. Jemand macht Jagd auf dich. Deine Identität ist aufgeflogen. Bleib bei mir laufen. Man verfolgt dich. Man hat sich im Visier. Leider nicht mehr markieren, weil die restlichen drei Kameras sind einfach nur useless. Fuck. Du bist identifiziert. Was dumm gespielt. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trucks. Die Gegner haben den Biogafahrgut wiedergefunden. Die Gegner von den Biogafahrgut wiederum ist abhalten. Den Biogafahrgut behält. Ah. Wo hat er hingezielt? Weiß ich nicht. Ja, wegschießen sie. Ah, ja. Ja, du hast die Dings hochgesprayt bis zum Leben, ja. Hm. Okay. Okay. Können wir machen. Ich kenne nicht mehr. Ach, Patschings. Also du musst da irgendwo rein, musst da irgendwo was finden und dann musst du... Das ist man bewusst. Ich weiß nur noch nicht, wie ich nach vorne komme. Ja gut, dann kennst du auch die Map. Ja, haben wir auch schon safe gespielt. Ja, haben wir auch schon mal, aber ich kenne sie trotzdem nicht. Wir haben diesen unsichtbaren Typen. Wo war hier noch die Camp? Ich habe sie gesehen. Ich habe auch eine. In dem Raum, wo der Blitz vor ist, ist keiner drinnen. Weil die haben die Wände kaputt gemacht. Ich bin gerade irgendwas geworfen und mir hat schon gedreht. Ja. Ich bin jetzt bereit. Magazinwechsel. Just chillt noch mal eine Runde. So, links. Links zum Sack. Eins. Zwei. Lebt noch! Der lebt! Der lebt vor dir! Wow Boah Oh Gott Oh Gott Ich hab gar keinen Operator Nur die Standardsachen Eine Drohne ist nach oben Keine Ahnung, wann die runterkommt Fünf Sekunden Nur noch fünf Sekunden Da, 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 da Bei mir Bei dir Da Da Ja Ja Wohin ist da? Das haben dich reingeschossen Da kommt einer bei Da ist einer hier bei mir Fenster Oh, ich glaube die haben ein Glas Ja Links von mir und in diesem kleinen Raum hier Wo reicht jetzt? War das zweite Mal, kann ich nochmal anrufen? Ja 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 Gleich wird es dir besser gehen Okay Ich bin tot Irgendwie weiß wo ich war Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Eine kleine Runde Schön Vorverkoll Vorverkoll Er ist von oben runter gegangen Ja Du Ja Du hast doch nicht motherfucking gesagt Jetzt ist deine Werbung weg Welche Werbung? Kriegst sowieso keine Werbung Bargut Behälter lokalisieren Ja Also Werbung schalten wird dieses Jahr sowieso nichts mehr Ach Gott, hier ist eine Sackgasse Ach Für Werbung schalten machst du das doch Bitte? Werbung schalten machst du das doch Mach ja Wäre ja die falsche Herangehensweise Wäre ja die falsche Herangehensweise Richtig Du machst ja weil es mir Spaß macht Ja Mute Sonst Weil ich sonst Haben sie nicht Weil ich habe schon seit Wie lange mache ich das jetzt? Drei Jahre? Zwei Jahre? Keine Ahnung Und verdient habe ich damit da noch nie was Ja und der der von Drohnen nicht erkannt werden kann Ist Erkannt Ausgecheckt und erkannt worden The key here is a biohazard container Warum darf ich hier nicht hoch? Danke So I guess they are off Wow Auf der ganz anderen Seite des Hauses Als Was ist die Jungen? Okay 31 Tick lassen grüßen Eine war da wo du gerade runtergejump ist Und ich Streuspringsatz eingelassen Einer ist bei Mr. Skyline Achso. Aber der steht leider außerhalb der Drohne, deswegen kann ich ihn leider nicht mehr... Der ist so ein Scheißner mit einem Kack-Bettenpfosten. Confused in falsches Zimmer. Oh fuck. Oh, Hauptsache letzter. Ein Gegner ist markiert, ne? Mhm. So geschossen das war, ja. Ja. Da hat er seine Drohne nur noch für Schissner hingestellt. Okay. Ja. Puh. Wurde ist jetzt der andere gestorben? Ja, in der Falle. In der Falle bestimmt. In der Falle oder so. Oder sowas. Oder er ist gelieft. Unmöglich. Hauptsache letzter. Motherfucking GG. Ja. Ja. 41%. Und... Ja, ich hab einen Pack. Ich nicht. Wahrscheinlich. Ich krieg kein Cache. 20,50% Chance. Okay, boi. Oh doch, ich hab einen Pack. Ehrlich. Durch. Ich hab einen Pack. Einen. Ja, genau. Ja, genau. Mein Deutsch ist wieder on the point. Und mit schlechtem Internet. Und mit schlechtem Internet. Neue Runde, neues Pack? Bein eine Aufnahme oder eins eins eins. Wie eins 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 eins? Ein Match pro Aufnahme. Ja. Moment, ich deswegen mach hier grad noch dieses Pack hier grad auf. So. Kopfbedeckung. Warte, ob du 20. Warte, ob du 20 Stück hast und mach dann eine Aufnahme. Also nächstes Jahr. Ja, so ungefähr. So, auf jeden Fall, Leute. Das war's dann mit dem Video. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und... Ja, teilt doch das Video. Lasst ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Und... Abonniert doch kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.